Es gibt kaum Geschichten, die uns mehr begeistern als die Geschichten von Antihelden. Ob es nun der Mafia-Boss Tony Soprano ist, dem wir zuhören, wenn er seiner Therapeutin scheinbar glaubwürdig Rechenschaft über sein Gefühlsleben ablegt, oder ob es der Teufel selbst in Miltons Paradise Lost ist, der Gottvater seinen Trotztiraden entgegenschmettert. Sie lügen, betrügen und hintergehen. Uns, die LeserInnen, vor allem aber sich selbst. Ich möchte euch heute und vielleicht auch darüber hinaus mit einem meiner Lieblings-Antihelden aus der Weltliteratur bekannt machen, Giacomo Casanova. Aber lassen wir ihn sich uns selbst vorstellen. Vielleicht gelingt es dem großen Verführer, auch uns zu verführen. Giacomo Casanova – Die Geschichte meines Lebens Deutsch von Heinz von Sauter Vorrede Ne quiquam sapit, qui sibinon sapit Wer sich nicht selbst kennt, weiß gar nichts. Ich erkläre meinem Leser von vornherein, dass ich bei allem, was ich Zeit meines Lebens an Gutem oder Bösem getan habe, sicher bin, entweder verdienstvoll gehandelt oder gesündigt zu haben und dass ich mich deshalb für ein mit freiem Willen begabtes Wesen halten muss. Die Lehre der Stoiker und jeder anderen Philosophenschule von der Macht des Schicksals ist ein Hirngespinst der Einbildung, das vom Leugnen Gottes her rührt. Nicht nur glaube ich an einen einzigen Gott, sondern bin ein Christ und in meinem Glauben bestärkt durch die Philosophie, die noch nie etwas verdorben hat. Ich glaube an die Existenz eines unkörperlichen Schöpfergottes, der Herr alles Gestaltgewordenen ist. Der Beweis dafür, dass ich nie daran gezweifelt habe, ist für mich die Tatsache, dass ich stets auf seine Vorsehung zählte, in allen meinen Nöten durch das Gebet Zuflucht bei ihm suchte und auch stets erhört wurde. Verzweiflung tötet. Das Gebet macht sie zunichte. Und nach dem Gebet schöpft der Mensch Vertrauen und Tatkraft. Welcher Mittel sich das höchste Wesen bedient, um drohendes Unheil von jenen abzuwenden, die seine Hilfe erflehen, das zu erforschen, übersteigt die Kraft des menschlichen Verstandes. Sobald der Mensch über die Unbegreiflichkeit der göttlichen Vorsehung nachsinnt, sieht er, dass ihm nichts bleibt als Anbetung. Unsere Unwissenheit wird zu unserer einzigen Rettung und wahrhaft glücklich sind jene, die sie in Ehren halten. Wir müssen deshalb Gott bitten und glauben, dass wir seine Gnade erlangt haben, selbst dann, wenn der Anschein uns sagt, dass sie uns nicht zuteil geworden ist. Ein Vers von Petrarca belehrt uns, in welcher Haltung wir uns mit unseren Bitten an den Schöpfer wenden sollen. Der Mensch ist frei, doch er ist es nicht, wenn er nicht auch daran glaubt. Denn je mehr Macht er dem Schicksal beimisst, umso mehr beraubt er sich der Macht, die Gott ihm verliehen hat, als er ihn mit Vernunft begabte. Die Vernunft ist ein Teil der göttlichen Kraft des Schöpfers. Wenn wir uns ihrer bedienen, um demütig und gerecht zu sein, können wir dem, der sie uns geschenkt hat, nur wohlgefällig sein. Gott hört nur für jene auf, Gott zu sein, die seine Nicht-Existenz für möglich halten. Denn eine größere Strafe kann sie gar nicht treffen. Obwohl der Mensch frei ist, darf man doch nicht glauben, dass er Herr sei, alles zu tun, was er will. Er wird zum Sklaven, wenn er sich im Bann einer Leidenschaft zum Handeln verleiten lässt. Nisi paret imperat, wenn das Herz nicht untertan ist, herrscht es. Der ist Weise, der die Kraft hat, mit dem Handeln zu warten, bis die Ruhe bei ihm eingekehrt ist. Ein solcher ist selten. Der Leser, der zum Nachdenken neigt, wird aus diesen meinen Erinnerungen ersehen, dass ich nie auf ein bestimmtes Ziel zusteuerte und deshalb nur dem System folgte, wenn es überhaupt eines ist, mich dahin treiben zu lassen, wohin der Wind blies. Wie viele Wechselfälle birgt auch diese Unabhängigkeit von jeglicher Methode in sich? Meine Missgeschicke haben mir ebenso wie die Glücksfälle gezeigt, dass auf dieser gleichermaßen körperlichen wie moralischen Welt das Gute aus dem Bösen hervorgeht, wie das Böse aus dem Guten. Meine Irrwege werden den Nachdenklichen die entgegengesetzten Pfade weisen oder sie die hohe Kunst lehren, sich stets im Sattel zu halten. Es gilt nur, Mut zu haben, denn Kraft ohne Vertrauen ist zu nichts Nütze. Ich habe oft erlebt, dass mir durch einen unbedachten Schritt, der mich eigentlich an den Rand des Abgrunds hätte führen müssen, das Glück in den Schoß fiel. Dann machte ich mir zwar Vorwürfe, dankte aber doch Gott. Umgekehrt habe ich auch erlebt, dass hartes Unglück einem weise erwogenen Verhalten entsprang. Das hat mich gekränkt, aber in der Gewissheit, dass ich im Recht gewesen war, habe ich mich leicht darüber hinweggetröstet. Trotz des Vorrates an trefflicher Moral als natürlicher Frucht der in meinem Herzen eingewurzelten göttlichen Prinzipien, bin ich mein Leben lang ein Opfer meiner Sinne gewesen. Vom rechten Weg abzuweichen, machte mir Vergnügen, und ich habe fortwährend Fehler begangen. Dabei hatte ich keinen anderen Trost, als den genau zu wissen, dass ich im Irrtum befangen war. Aus diesem Grunde hoffe ich, lieber Leser, dass du, weit davon entfernt, in meiner Geschichte schamlose Prahlerei zu entdecken, darin solche Züge findest, die einer Generalbeichte zustehen, ob schon du im Stil meiner Berichte weder das Gehabe eines Büßers noch das Schuldgefühl eines Menschen finden wirst, der errötend über seine losen Streiche Rechenschaft ablegt. Das sind Jugendtorheiten. Du wirst sehen, dass ich darüber lache, und wenn du wohlgesonnen bist, wirst du mit mir lachen. Du wirst lachen, wenn du liest, wie ich mir oft kein Gewissen daraus gemacht habe, Windbeutel, Spitzbuben und Dummköpfe hinters Licht zu führen, wenn es in meinem Interesse nötig war. Beim Umgang mit Frauen hingegen handelt es sich nur um gegenseitige Täuschungen, die man nicht rechnen kann, denn wenn die Liebe mit im Spiel ist, sind gewöhnlich beide Teile die Betrogenen. Ganz anders aber ist es mit den Dummköpfen. Ich beglückwünsche mich noch heute, wenn ich daran denke, wie sie mir ins Garn gegangen sind, denn sie sind so unverschämt und anmaßend, dass sie sogar dem Geist die Stirn bieten. Wenn man einen solchen Dummkopf betrügt, rächt man den Geist. Der Sieg lohnt die Mühe, denn der andere trägt einen Harnisch und man weiß nicht, wo man ihn packen kann. Kurz, einen Dummkopf zu übertölpeln, ist eine Tat, die eines Mannes von Geist würdig ist. Seit jeher steckt mir ein unbändiger Hass gegen dieses Gelichter im Blut, weil ich mich jedes Mal selbst als dumm empfinde, wenn ich in ihrer Gesellschaft bin. Man muss sie freilich von jenen Menschen unterscheiden, die man einfältig nennt, denn da diese es nur aus Mangel der Bildung sind, mag ich sie recht gern. Ich habe unter ihnen durchaus achtbare Leute gefunden, die in ihrer Einfalt doch auch eine bestimmte Art von Geist besitzen. Sie erinnern an Augen, die sehr schön wären, würde der Stasi nicht trüben. Wenn du, lieber Leser, dir über die Eigentümlichkeit dieser Vorrede Gedanken machst, wirst du leicht meine Absicht erraten. Ich habe sie geschrieben, weil ich möchte, dass du mich kennenlernst, bevor du mein Buch liest. Nur in Kaffeehäusern und an Wirtshaustischen unterhält man sich mit unbekannten Leuten. Ich habe meine Lebensgeschichte niedergeschrieben und dagegen kann niemand etwas einwenden. Ist es aber klug von mir, sie einem Publikum zu übergeben, das ich nur zu seinen Ungunsten kenne? Nein. Ich weiß, dass ich damit eine Torheit begehe. Warum aber sollte ich sie mir versagen, da ich doch die Beschäftigung und das Lachen brauche? Mit unverdünnter Nieswurz trieb er die Krankheit mitsamt der Galle aus. Ein antiker Autor belehrte mich in schulmeisterlichem Ton, Wenn du nichts vollbracht hast, was das Aufschreiben lohnt, so schreibe wenigstens etwas, das wert ist, gelesen zu werden. Diese Vorschrift ist so schön wie ein in England geschliffener Diamant reinsten Wassers, aber sie betrifft mich nicht, weil ich weder die Geschichte eines berühmten Mannes noch einen Roman schreibe. Ob wert oder unwert, mein Leben ist mein Stoff und mein Stoff ist mein Leben. Da ich es gelebt habe, ohne je daran zu denken, mich könnte einmal die Lust packen, es aufzuzeichnen, mag es ein gewisses Interesse besitzen. Das aber hätte es wohl kaum, wenn ich mein Leben in der Absicht geführt hätte, es in meinen alten Tagen niederzuschreiben und, was weit mehr ist, es auch noch zu veröffentlichen. Heute, im Jahre 1797, im Alter von 72 Jahren, da ich sagen kann, Wixi, ich habe gelebt, obwohl ich noch atme, wüsste ich mir keinen angenehmeren Zeitvertreib, als mich mit meinen eigenen Erlebnissen zu unterhalten und der freundlichen Gesellschaft, die mir nun zuhört, die mir früher stets Beweise ihrer Gewogenheit geschenkt hat und in der ich immer zu Hause war, einen würdigen Stoff zum Lachen zu geben. Um gut zu schreiben, genügt mir die Vorstellung, dass diese Gesellschaft mein Buch lesen wird. Qualcum quedixi, si placuerint, dictawit auditor. Was ich auch immer gesagt habe, ob es gefällt, entscheidet der Zuhörer. Was die Unberufenen angeht, denen ich es nicht verwehren kann, mich zu lesen, so genügt mir die Gewissheit, dass ich nicht für sie geschrieben habe. Wenn ich mir die Vergnügung ins Gedächtnis zurückrufe, die ich genossen habe, erlebe ich sie aufs Neue und lache über die Mühsale, die ich ausgestanden habe und nun nicht mehr spüre. Als Teil des Alls richte ich meine Worte an die Luft und stelle mir vor, ich legte über meine Amtsführung Rechenschaft ab, so wie ein Haushofmeister es seinem Herrn gegenüber tut, bevor er abtritt. Über meine Zukunft habe ich mir als Philosoph nie Sorgen machen wollen, denn von ihr weiß ich nichts. Mir als Christen muss der Glaube ohne jede Deutelei genügen und der reinste Glaube bewahrt tiefes Stillschweigen. Ich weiß, dass ich gelebt habe und da ich dessen gewiss bin, weil ich Empfindungen hatte, weiß ich auch, dass ich dann nicht mehr existieren werde, wenn ich zu fühlen aufhöre. Sollte es mir jedoch nach meinem Tod geschehen, dass ich immer noch fühle, so werde ich an nichts mehr zweifeln, aber ich werde dann alle jene Lügen strafen, die mir einreden wollen, ich sei tot. Da meine Geschichte mit dem frühesten Ereignis, an das ich mich noch erinnern kann, beginnen soll, fängt sie an, als ich acht Jahre und vier Monate alt war. Wenn es wahr ist, dass vivere cogitare est, Leben heißt Denken, lebte ich vor dieser Zeit nicht, sondern dämmerte nur dahin. Da das Denken des Menschen nur in Vergleichen besteht, die dem Ergründen der Zusammenhänge dienen, kann es nicht früher da sein, als das Gedächtnis. Das hierzu taugliche Organ entwickelte sich in meinem Kopf erst acht Jahre und vier Monate nach meiner Geburt. Erst zu diesem Zeitpunkt begann meine Seele für Eindrücke empfänglich zu werden. Wie eine unkörperliche Substanz, die Nektangere Nektangi weder berühren noch berührt werden kann, dazu fähig ist, vermag kein Mensch zu erklären. Eine tröstliche Philosophie behauptet im Einklang mit der Religion, die Abhängigkeit der Seele von den Sinnen und den Organen des Körpers sei nur zufällig und vorübergehend und sie werde frei und glücklich sein, wenn der Tod des Leibes sie aus deren tyrannischer Herrschaft entlässt. Das klingt sehr schön, aber es ist, wenn man von der Religion absieht, keineswegs sicher. Da ich mich also erst nach meinem Lebensende in der vollkommenen Gewissheit wiegen darf, unsterblich zu sein, wird man mir verzeihen, wenn ich es nicht eilig habe, zur Erkenntnis dieser Wahrheit zu gelangen. Eine Erkenntnis, die das Leben kostet, ist zu teuer erkauft. Bis dahin verehre ich Gott, indem ich mir jede unrechte Tat untersage und die ungerechten Menschen verabscheue, ohne ihnen indessen Böses zu tun. Mir genügt es, wenn ich unterlasse, ihnen Gutes zu tun. Schlangen soll man nicht auch noch füttern. Da ich auch noch etwas über mein Temperament und meinen Charakter sagen muss, versichere ich meinen Lesern, dass die Nachsichtigen unter ihnen weder zu den am wenigsten Ehrenwerten noch zu den ärmsten an Geist zählen. Ich habe alle vier Temperamente besessen. Als Kind war ich phlegmatisch, als Jüngling sanguinisch, später cholerisch und schließlich melancholisch, was ich wahrscheinlich auch bleiben werde. Da ich meine Ernährung immer meiner körperlichen Verfassung anpasse, erfreute ich mich stets zu einer guten Gesundheit. Und nachdem ich gelernt hatte, dass hier immer Maßlosigkeit sowohl im Essen wie in der Enthaltsamkeit abträglich ist, hatte ich nie einen anderen Arzt als mich selbst. Allerdings habe ich die Enthaltsamkeit als weit gefährlicher erkannt. Ein zu viel verursacht Magenbeschwerden, ein zu wenig aber führt zum Tod. Heute, als alter Mann, darf ich trotz meines ausgezeichneten Magens nur noch eine Mahlzeit am Tag zu mir nehmen. Was mich für diese Kasteiung entschädigt, sind mein gesunder Schlaf und die Leichtigkeit, mit der ich meine Betrachtungen zu Papier bringe, ohne der Verstiegenheiten zu bedürfen oder Spitzfindigkeiten über Spitzfindigkeiten zu drechseln, die eher dazu geneigt wären, mich selbst zu betrügen als meine Leser, denn niemals könnte ich mich dazu entschließen, ihnen falsche Münze zu geben, wenn ich wüsste, dass sie falsch ist. Das sanguinische Temperament machte mich sehr empfänglich für jede Art von Sinnenfreude, ließ mich stets vergnügt und unablässig darauf bedacht sein, von einem Genuss zum anderen zu eilen. Es machte mich auch einfallsreich im Erfinden neuer Freuden. Die gleiche Wurzel hatten sowohl meine Neigung, neue Bekanntschaften zu schließen, wie auch meine unbeschwerte Art, sie wieder abzubrechen, obwohl stets aus zwingenden Gründen und niemals aus Leichtfertigkeit. Die aus dem Temperament herrührenden Fehler sind unverbesserlich, weil sich das Temperament selbst unseren moralischen Bemühungen entzieht. Mit dem Charakter aber ist es etwas anderes. Ihn bestimmen Herz und Geist. Und da das Temperament nur sehr geringen Einfluss auf ihn hat, folgt daraus, dass er von der Erziehung abhängt und dass er gebessert und geformt werden kann. Ich überlasse es anderen zu entscheiden, ob mein Charakter gut oder schlecht ist, aber so wie er ist, zeigt er sich jedem Kenner ohne weiteres in meinem Gesicht. Nur dort, nur dort wird der Charakter eines Menschen sichtbar, denn dort ist sein Sitz. Wir können feststellen, dass Menschen mit unausgeprägten Gesichtszügen und deren Zahl ist sehr groß, auch nicht das besitzen, was man Charakter nennt. Folglich muss der physiognomischen Verschiedenheit die Verschiedenheit der Charaktere entsprechen. In der Erkenntnis, dass mein Handeln Zeit meines Lebens mehr durch das Gefühl als durch die Überlegung bestimmt war, bin ich zu dem Schluss gelangt, dass mein Verhalten mehr von meinem Charakter abhingen als von meinem Verstand. Allerdings nach einem langen Streit zwischen beiden, bei dem ich abwechselnd entweder nicht genug Verstand für meinen Charakter oder nicht genug Charakter für meinen Verstand aufgebracht habe. Doch lassen wir das, denn hier trifft zu si brevis esse volo obscurus fio. Wenn ich mich kurz fassen will, werde ich unverständlich. Ich glaube, dass ich mir, ohne die Bescheidenheit zu verletzen, die Worte meines Geliebten Vergil zu eigen machen darf. Nec sum adeo informis nuper men lit oruidi cum placidum ventis staret mare Bin doch auch gar nicht so hässlich. Ich sah mich erst jüngst noch am Strande, als im Wind sanft ruhte das Meer. Den Freuden meiner Sinne galt mein Leben lang mein Hauptstreben. Etwas Wichtigeres gab es für mich niemals. Da ich mich für das andere Geschlecht geboren fühlte, habe ich es stets geliebt und habe alles daran gesetzt, seine Liebe zu gewinnen. Ich liebte auch mit Hingabe eine gute Tafel und überhaupt leidenschaftlich alles, was meine Neugier erregte. Ich habe Freunde gekannt, die mir Gutes getan haben und ich war glücklich genug, ihnen bei jeder Gelegenheit Beweise meiner Dankbarkeit geben zu können. Ich hatte auch nichtswürdige Feinde, die mir zusetzten und ich habe sie nur deshalb nicht ausgerottet, weil ich es nicht konnte. Niemals hätte ich ihnen verziehen, hätte ich nicht einfach vergessen, was sie mir Böses angetan haben. Ein Mann, der einen Schimpf vergisst, hat ihn nicht verziehen, sondern eben vergessen. Denn die Verzeihung entspringt der heldenmütigen Haltung eines edlen Herzens und eines großzügigen Geistes, das Vergessen aber einer Schwäche des Gedächtnisses oder einer milden Gleichgültigkeit, wie sie zu einem friedfertigen Herzen passt und oft nur dem einfachen Bedürfnis nach Ruhe und Frieden. Denn auf die Dauer tötet der Hass den Unglücklichen, der Gefallen daran findet, ihn zu nähren. Wenn man mich sinnlich nennt, geschieht es zu Unrecht, denn die Macht meiner Sinne hat mich nie von meinen Pflichten abgehalten, wenn ich welche hatte. Aus dem gleichen Grunde hätte man Homer nie einen Trinker nennen dürfen, Laudibus Aguitur Vini Vinosus Homerus. Das Lob des Weines verrät, wie lieb der Wein dem Homer war. Ich habe die scharf gewürzten Gerichte geliebt, die von einem guten neapolitanischen Koch zubereiteten Macaroni, Olia Potrida, Neufundländer Kabeljau, recht klebrig, Wildbret mit Ogu und Käse, dessen Vortrefflichkeit sich zeigt, wenn die kleinen Wesen, die darin hausen, sichtbar werden. Was die Frauen betrifft, so habe ich immer gefunden, dass die jeweils Geliebte angenehm duftete und je kräftiger sie schwitzte, desto köstlicher schien sie mir zu sein. Welch verdorbener Geschmack, welche Schande, ihn sich selbst einzugestehen und doch nicht zu erröten. Über solche Vorwürfe kann ich nur lachen. Ich bin unverfroren genug, mich dank meiner derben Neigungen für glücklicher zu halten als andere, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Neigung mich zu größerem Genuss befähigen. Glücklich, wer ihn sich zu verschaffen weiß, ohne irgendwem zu schaden und töricht alle, die sich einbilden. Das höchste Wesen freue sich über Schmerzen, Mühsale und Verzichte, die sie ihm zum Opfer bringen und wohlgefällig seien ihm nur die Schwärmer, die sie freiwillig auf sich nehmen. Gott kann von seinen Geschöpfen nur die Ausübung der Tugenden fordern, deren Keim er in ihre Seele gelegt hat und er hat uns alles nur zu dem einzigen Zweck gegeben, uns glücklich zu machen, sowohl Eigenliebe wie Ehrgeiz, Strebsamkeit, Kraft, Mut und sogar eine Macht, die uns keine Tyrannei rauben kann, nämlich die, uns selbst das Leben zu nehmen, wenn wir nach einem richtigen oder falschen Abwägen das Unglück haben, das für die beste Lösung zu halten. Das ist der stärkste Beweis für unsere sittliche Freiheit, die spitzfindige Trugschlüsse so sehr bekämpft haben. Dennoch ist der Selbstmord tatsächlich ein Gräuel wider die Natur und alle Religionen müssen ihn ächten. Ein angeblicher Freidenker sagte mir eines Tages, ich könne mich nicht einen Philosophen nennen, wenn ich die Offenbarung gelten ließe. Wenn wir aber im Bereich des Physischen nicht an ihr zweifeln, weshalb sollten wir sie im Religiösen nicht annehmen? Es ist doch nur eine Frage der Form. Der Geist spricht zum Geist und nicht zu den Ohren. Die Grundlagen unseres ganzen Wissens können denen, die sie uns übermittelt haben, nur von dem einen großen, höchsten und allumfassenden Prinzip offenbart worden seien. Die Biene, die ihre Wabe, die Schwalbe, die ihr Nest baut, die Ameise, die ihre Gänge gräbt, die Spinne, die ihr Netz webt, sie alle hätten nie etwas derartiges getan, ohne eine vorherige, ewige Offenbarung. Entweder müssen wir glauben, dass es so ist, oder aber zugeben, dass die Materie selbst denkt. Warum eigentlich nicht, würde Locke sagen, wenn Gott es so gewollt hätte. Doch, wir wagen nicht, der Materie so viel Ehre anzutun. Halten wir uns also an die Offenbarung. Der große Philosoph, der nach dem Studium der Natur glaubte, triumphieren zu können, weil er sie für Gott erkannte, starb zu früh. Hätte er noch ein wenig länger gelebt, wäre er noch viel weiter gegangen und es hätte sogar nur eines kurzen Schrittes bedurft, denn da er sich in seinem Schöpfer befand, hätte er ihn nicht länger leugnen können. In Eomorimur et Sumus in ihm leben und sind wir. Er hätte ihn unbegreiflich gefunden und sich darüber weiter keine Gedanken gemacht. Könnte sich Gott, der große Ursprung aller Ursprünge, der ohne Anfang ist, selbst begreifen, wenn er, um sich zu begreifen, sein eigenes Prinzip erkennen müsste, oh glückliche Unwissenheit. Spinoza, der weise Spinoza, starb, ehe es ihm gelang, sie sich zu eigen zu machen. Er wäre als weiser und mit einem berechtigten Anspruch auf Belohnung für seine Tugenden gestorben, wenn er seine Seele für und sterblich gehalten hätte. Es trifft nicht zu, dass die Erwartung eines Lohnes mit echter Tugend unvereinbar sei und dass sie ihre Reinheit trübe. Er dient im Gegenteil dazu, sie zu stärken, ist doch der Mensch zu schwach, um einzig zu seiner eigenen Befriedigung tugendhaft zu sein. Ich halte jenen Ampia Barraos für eine Sagengestalt, der We're Bonus Esse Guam Wideri Malebat, der lieber ein guter Mann sein, als nur scheinen wollte. Ich glaube sogar, dass es auf Erden keinen rechtschaffenden Menschen ohne Ansprüche irgendwelche Art gibt und meinen Anspruch möchte ich vortragen. Mir liegt an der Freundschaft, der Achtung und der Dankbarkeit meiner Leser. An ihrer Dankbarkeit, wenn die Lektüre meiner Lebenserinnerung sie belehrt und ihnen Vergnügen gemacht hat. An ihrer Achtung, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren lassen und mehr gute Eigenschaften als Fehler an mir finden, an ihrer Freundschaft, sobald sie mich dieser für würdig erachten, aufgrund des Freimuts und der Ehrlichkeit, mit denen ich mich ohne jede Verstellung so wie ich bin ihrem Urteil anvertraue. Sie werden erkennen, dass ich die Wahrheit immer so leidenschaftlich geliebt habe, dass ich oft mit Lügen begonnen habe, um ihr Eingang in die Köpfe derer zu verschaffen, die ihren Zauber nicht kannten. Sie werden mich nicht verdammen, wenn sie erfahren, wie ich die Börse meiner Freunde lehrte, um auf diese Weise meine Launen zu befriedigen. Jene hatten verstiegene Pläne, und indem ich ihnen Hoffnung auf deren Gelingen machte, hoffte ich zugleich, ihnen die Augen zu öffnen und sie von ihrer Torheit zu heilen. Ich täuschte sie, um sie zur Vernunft zu bringen, und fühlte mich nicht schuldig, denn was mich so handeln hieß, war nicht der Geist der Habsucht. Ich war bestrebt, meine Vergnügen mit Geldern zu zahlen, die zum Erwerb von Dingen bestimmt waren, deren Besitz der Natur nach unmöglich ist. Ich würde mich für schuldig halten, wenn ich heute reich wäre, aber ich besitze nichts. Ich habe alles unbedenklich ausgegeben, und das tröstet und rechtfertigt mich. Jenes Geld war ohne dies für Torhalten bestimmt. Ich habe ihm einen anderen Weg gewiesen und damit meine eigenen begangen. Miss Link mir aber mein Bemühen zu gefallen. So würde mir das eingestanden maßen leid tun. Freilich nicht so sehr, dass mich das Schreiben reute, denn auf jeden Fall habe ich mich dabei unterhalten. Grausame Langeweile. Es kann nur auf Vergesslichkeit beruhen, wenn sie unter den Höllen Qualen nicht angeführt haben. Ich muss jedoch gestehen, dass ich mich der Angst, ausgepfiffen zu werden, nicht erwehren kann. Sie ist zu natürlich, als dass ich es wagen dürfte, mich darüber erhaben zu dünken. Ich finde auch keinerlei Trost in der Hoffnung, dass ich nicht mehr am Leben sein werde, wenn meine Erinnerungen erscheinen. Ich kann mir nicht ohne Grauen vorstellen, dass ich gegenüber dem Tod, der mir verhasst ist, irgendeine Verpflichtung einginge. Ob glücklich oder unglücklich, das Leben ist der einzige Schatz, den der Mensch besitzt und wer es nicht liebt, ist seiner nicht wert. Nur die Ehre stellt man höher, weil die Schande das Leben schimpflich macht. Wenn man vor die Wahl zwischen beide Möglichkeiten gestellt, sich das Leben nimmt, muss die Philosophie verstummen. O Tod, grausames Gesetz der Natur, das die Vernunft verwerfen muss, weil es nur dazu geschaffen ist, eben die Vernunft zu vernichten. Kikero sagt, der Tod erlöse uns von unseren Leiden. Dieser große Philosoph bucht die Ausgaben, stellt aber die Einnahmen nicht in Rechnung. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob seine Tuliola tot war, als er seine Tod ist ein Ungeheuer, das einen aufmerksamen Zuschauer aus dem Welttheater vertreibt, noch bevor das Stück, das ihn ungemein fesselt, zu Ende ist. Dieser Grund allein müsste schon genügen, um ihn zu verabscheuen. In diesen Erinnerungen wird man nicht alle meine Erlebnisse finden. Ich habe solche ausgelassen, die den daran beteiligten Personen missfallen hätten, weil sie dabei schlecht abschneiden würden. Dessen ungeachtet wird man mich zuweilen nur allzu indiskret finden. Und das tut mir leid. Sollte ich vor meinem Ableben noch weise werden und sollte ich noch rechtzeitig dazu fähig sein, so werde ich alles verbrennen. Im Augenblick habe ich nicht die Kraft dazu. Jene Leser die meinen, ich würde die Schilderung gewisser Liebesabenteuer allzu sehr ausmalen, haben Unrecht, sofern sie mich nicht einfach für einen schlechten Mal erhalten. Ich bitte sie um Verzeihung, wenn mein altes Herz diese Freuden nur mehr in der Erinnerung auskosten kann. Die Tugend mag alle Schilderungen überspringen, die sie beunruhigen könnten und es erleichtert mein Herz, sie in dieser Vorrede zu warnen. Wer sie nicht liest, dem geschieht ganz recht. Die Vorrede ist für ein Buch das gleiche wie der Anschlagzettel für eine Komödie. Man muss sie lesen. Ich habe diese Lebenserinnerungen nicht für die Jugend geschrieben, die unbefangen bleiben muss, um vor dem Abgleiten bewahrt zu werden, sondern für jene, die lange genug gelebt haben, um gegen Verführung gefeit zu sein und die durch den Aufenthalt im Feuer zu Salamandern geworden sind. Da die wahren Tugenden nur Gewohnheiten sind, wage ich zu behaupten, dass wirklich tugendhaft nur jene Glücklichen sind, denen die Ausübung der Tugend nicht die geringste Mühe macht. Solche Leute kennen keine Unduldsamkeit. Für sie habe ich geschrieben. Ich habe französisch und nicht italienisch geschrieben, weil das französische verbreiteter ist als meine Muttersprache. Die Puristen, die in meinem Stil Redensarten aus meiner Heimat finden und mich deshalb kritisieren, haben haben recht. Wenn darunter die Klarheit meines Berichtes leiden sollte. Den Griechen gefiel Theophrast trotz der Wendungen, die seine Herkunft von der Insel Lesbos verrieten und den Römern ihr Titus Livius, ungeachtet seiner paduanischen Ausdrucksweise. Wenn ich Interesse erwecke, darf ich wohl auf die gleiche Nachsicht zählen. Ganz Italien schätzt Algarotti, ob schon sein Stil mit Galizismen durchsetzt ist. Es ist immerhin beachtenswert, dass von allen lebenden Sprachen, die in der Literarischen Republik verwandt werden, einzig und allein das Französische von seinen Hütern dazu verurteilt wurde, sich nicht auf Kosten der anderen bereichern zu dürfen, während die anderen, die alle ohnehin sehr viel reicher waren, der französischen Sprache sowohl Worte wie auch ausdrucksweisen stahlen, sobald sie erkannten, dass sie durch kleine Anleihen schöner wurden. Jene Leute, die das Französische diesem Gesetz unterwarfen, räumten indessen auch die Armut ihrer Sprache ein. Da diese die höchste ihr erreichbare Stufe der Schönheit erreicht habe, so erklärten sie, würde die geringste fremde Beitat sie entstellen. Diese Meinung mag wohl einem Vorurteil entsprungen sein. Zu Luys Zeit äußerte die ganze Nation das gleiche Urteil über die Musik, bis Rameau kam und sie eines Besseren belehrte. Gegenwärtig unter der republikanischen Regierung haben die wortgewaltigen Redner und die gelehrten Schriftsteller schon ganz Europa davon überzeugt, dass sie die französische Sprache zu einem so hohen Grad von Schönheit und Kraft erheben werden, wie ihn die Welt bis auf den heutigen Tag noch bei keiner anderen Sprache gekannt hat. In dem kurzen Zeitraum von fünf Jahren hat sie bereits an die hundert Wörter neu aufgenommen, die entweder durch ihre Anmut, ihre Würde oder ihren edlen Wohlklang eindrucksvoll sind. Kann man beispielsweise schönere sprachliche Neubildungen ersinnen als Ambulance, Franciate, Monarchien, Sanskulautisme? Es lebe die Republik. Ein Körper ohne Kopf kann unmöglich Dummhalten machen. Der Wahlspruch, zu dem ich mich bekannt habe, rechtfertigt meine Abschweifung und die Kommentare, die ich vielleicht allzu oft zu meinen Taten jeder Art gebe. Wer sich nicht selbst kennt, weiß gar nichts. Aus demselben Grunde war es mir auch stets ein Bedürfnis, in guter Gesellschaft Anklang zu finden. Der Zuhörer steigert den Eifer, das Lob beflügelt die Tugend und der Ruhm ist ein ungeheurer anspornen. Gern würde ich hier den stolzen Grundsatz darlegen, Nemo wieder. Diesem Hass auf sich selbst entspringt dann der Vorsatz, sich das Leben zu nehmen. Da ich mich jederzeit als die Hauptursache aller Widerwärtigkeiten, die mir zustießen, erkannte, habe ich mich stets mit Freuden in der Lage gesehen, mein eigener Schüler zu sein und pflichtschuldigst meinen Lehrer geliebt. 77 00 00 00 00 00 Untertitelung des ZDF, 2020